Aus meinem Buch »Schule unter dem Mangobaum« lese ich »400 Götter im Hinterhof« Gleich hinter meiner Trümmerburg, wie ich poetisch meine Gastbehausung nenne, buchstäblich im Hinterhof, da haust ein Hugain – jetzt sind es sogar zwei. So bin ich ein Nachbar von aktiven Zauberern und Priestern aus den Urwelten, Unterwelten und Unwelten des Voodoo. Es sind die Peristile von Lakumango, einfacher als die üblichen, aber nicht gestellt, sondern lebend, wie das Bergdörfern. Man erkennt Peristile an den Flaggen, die darüber flattern und die Gebete in den Himmel tragen. Hier sind es zwei benachbarte an eigenen Masten, beide in drei senkrechte Farbstreifen ohne Embleme geteilt, schwarz, violett und weiß und schwarz, grün und rot. Gelebendlich wechseln die Farben oder verbleichen. Über ihre Bedeutung kann ich auch nichts sagen. Die Hugain gaben auf Befragung keine Auskunft, das sei heiliges Berufsgeheimnis und bei Zauberern und Magiern heißt es aufpassen. Die sollen sogar auf Distanz töten können. Im Übrigen sehen die Peristile hier nicht anders aus als alle Häuser und wenn dann eben nicht die auffälligen Flaggen gehisst wären, würde niemand den kultischen Charakter bemerken. Es sind einfache Gotteshäuser, wie alle Häuser aus selbstfabrizierten, luftgetrockneten Zementblocksteinen. Fensterlos, mit offenen Türöffnungen und Wellblechdach ausgestattet. Ich begreife gar nicht, wie die vielen Menschen, die beim Eindunken und noch lange nach Nachteinbruch, das hört man gut, hier eintreten, Platz finden. Sitzplatz scheidet ohnehin aus. Und nachts übertrieben bleiben, mit Trommelgeräuschen und unbekannten Gottesgeschäften. Ob nur einzelne Götter oder alle 400 Platz finden müssen, spielt keine Rolle. Da Geister und Götter meines Wissens keinen Platz wegnehmen. Eines ist sicher, sogar Goethe hätte daran seine Freude gehabt. Der Hauptinitiant der Sklavenbefreiung, Duty Bookman, der Name, sagt alles, war ein einbeiniger, schreibkundiger Linkshänder und Uga, der aus Jamaika kam und dem 1791 in Haiti und in der Folge in der dritten Welt über die Voodoo-Strukturen der Sieg über die Sklaverei gelang. So wurde die Voodoo-Religion eine politische Religion, die ihre Ziele erreichte. Also wurde die Voodoo-Strukturen auf dem Weg ein, den only 18 und 15, 20, 20, 20, 21. Und die Voodoo-Strukturen der Schleifung nach dem Weg ein, die Sieg über die Philippe, die Φumfülle-Stuttgart. So wurde die Erachtung needs einen, den ihr in die Ellen und die Ingenie gingen weiterved, der Sieg über die Erachtung des Schleifers,